Johannes Kapitel 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich meine, wie schwer ist das zu verstehen? Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, aber du kannst dich lossagen von Gott. Was für ein Quatsch. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Oh, du bist größer als Gott. Du bist stärker als Gott. Du kannst dich lossagen von Gott. Bist du stärker als Gott? Wenn Gott dich hält, wenn du einmal gerettet bist, dann hält Gott dich. Dann bist du für immer gerettet. Was wäre, wenn sich ein Vater, oder wenn sich ein Sohn von seinem Vater lossagt, sozusagen? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Hat er dadurch eine andere DNA? Nein, er ist immer noch der Sohn seines Vaters. Genauso wie wenn wir als Christen zurückfallen, das schwarze Schaf in der Familie sind. Wir sind immer noch Gottes Kinder. Weil wir unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Wir haben ewiges Leben. Wir werden es nicht irgendwann bekommen, sondern die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Gegenwart. Hat ewiges Leben. Nicht wird bekommen. Vielleicht. Er ist nicht leicht, sondern hat ewiges Leben. Wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann bist du nicht gerettet. Lass mich dir die Frage stellen. Wenn du das ewige Leben wieder verlieren könntest, dein Heil wieder verlieren könntest, was müsstest du tun oder lassen, um gerettet zu bleiben? Und deine Antwort ist mir völlig egal. Denn es läuft immer darauf hinaus, dass du eben irgendetwas Gutes tun musst oder irgendwelche Sünden lassen musst, um gerettet zu bleiben. Und sagst du mal was, dann hängt deine Errettung von dir ab und dann bist du nicht gerettet, dann wirst du zur Hölle fahren. Du kannst nicht gerecht werden durch das Halten der Gebote. Hey, wir haben alle gesündigt, denn es ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht Sündige, sagt die Bibel. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und weißt du was? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben den ewigen Tod in der Hölle verdient. Wir haben es schon verborgt. Wir haben schon, ja, das Urteil steht schon fest, wir haben schon die Hölle verdient. Es gibt keine Chance, das irgendwie rückgängig zu machen. Es gibt keine Chance, das irgendwie besser zu machen. Das Einzige, was uns reich von Sünde, ist Jesu Blut. Und wir müssen glauben an den Herrn Jesus Christus, um gereinigt zu werden durch Jesu Blut, damit unsere Sünden vergeben werden, damit wir ewiges Leben haben. Das ist das Einzige, was wir tun können. Was muss ich tun, als ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Du und dein Haus. Das ist das Einzige, was wir tun, als ich gerettet werde.